so dann ab so ich würde sagen du einer schützt sich nach draußen also nicht daheim sondern an die an die seiten die gar nicht damit er mit dem kann aber drauf holen können ja gut habe ich jetzt einfach die platz gewechselt nur alles klar so und da ist er das heißt ich begebe mich erst mal ein bisschen abseits damit du dir warum bleiben wir denn da stehen das weiß ich auch nicht dann passt das so schon noch ein bisschen ja noch mal stopp 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 jetzt muss ich stehen bleiben ah fast und schon fahren sie weiter du musst du musst ja ich kann nicht mehr ah ah sorry warte jetzt ist aber einer haben wir schon ein bisschen abgehangen oder treff ich jetzt versuch mal den der jetzt kommt ja sauber habe ich habe ich habe ich geld dauernd ja er sagt den ersten haben wir schon jetzt habe ich noch zwei schütteln baller der anderen natürlich auf uns ja klar was ist das okay dann ich kann ihn nicht treffen nein nein geht nicht hatte jetzt müsstest du vielleicht ja er wird zu den autos schnappen und ich versuche eine straßenblockade zu machen da ja alles klar was ging ja schnell komm 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 warte der ist gegen ein auto gefahren wie geil ist das denn der steht hier warte ich komme ich komme ah fuck jetzt ist mein heli tot okay warte fahr mich nicht am besten okay ich habe mir ein auto dahinter ich habe mir ein auto dahinter die von dieser vorhinein ja ich halte die unität auf irgendwie aber das sind unsere leute war hast du denn ziel wo wir hin müssen ja ne ach genau die andere ne ja doch doch habe ich ja aber auch vorab ich kassiere voll kräftet du musst mir helfen ja ich muss grad bist du auf der route so zu sagen ja noch nicht aber jetzt ja aber da bist du jetzt habe ich dich gebeten ich komme all das ziellos so ist nein was denn für ziel entkommen was will der denn für uns ich war noch im auto ach das schon fahrzeug zerstört aber ich bin noch gefahren dann soll denn warum das aber egal dass mir zu beginn war eigentlich eine ganz gute idee so dass wir auf jeden fall also das war wäre jetzt auch die einfachste lösung weil die freundern doch schon stellen uns vorbei ja dann weiß nur wieder die die bescheuert jetzt das versaut genau aber ich glaube wenn du dann einfach mit dem medikopter weiter nach vorne fliegt und dann hätte ich hinstellst und ich habe mit der mitte mit dem scharfschützen wäre einfach voll auf dem fahrrad da sollte der aussteigen in dem auto so genau okay das heißt wir machen die einfach wieder so wie vorhin und dann immer genau dann und danach fliegst du einfach weiter nach vorne damit schätzt sie dich auf die straße ich ziehe mit der sniper und schieße voll auf den düben das soll doch voll innen da unten sind sie wieder versuche so von der seite zu fliegen vielleicht damit wenn ich direkt ins Feuer gelaufen oder ich womöglich den er anderen treffe die jetzt so das ist aber auch so ob ich überhaupt nicht getroffen ich treffe nicht ich kann nicht zielen ach jetzt warte das mache ich was mache ich so ich habe ich habe ich mache ich kann nicht treffen mich kann nicht treffen warte der andere kommt gleich nach da schießt irgendein helikopter oder was ich kann nichts treffen hier diesmal haben sie uns richtig warte ich lande mal hier und holen uns im neuen ich kann nicht von hier treffen mal da ja an die nähe ich dachte wir fahren uns wobei doch von uns war ja da ja sauber warum ist denn da wieder so weit weg ich habe auch nur noch eine granate hatte vielleicht hatte hat das ding maschinengewehr dass der helikopter hat das ding maschinengewehr dass der helikopter weil ich bin dabei und so ja und dann wird haben wir noch einschossen nein ja doch hat er halt sauber wir können die wasser der ist schnell ja ja viel weil dann muss ich über die war dann auf vorne du bist auf jeden fall schneller als er garantiert vielleicht muss man auch passen weil der fliegt der hier zwischen wenn man man hat die jahre ist raus der ist raus wo die karre sogar modell aber gut und das ist erst mal weg von uns warte ich steig zu dir ein das ist ein echter klassiker ich verstehe warum er schieden extra importiert hat bei den vielen autos und trucks die wir klauen so jetzt einfach und in ruhe fahren irgendwie ah die ist schon heftig und jetzt müssen wir da auch noch durch wir sind geräusche markt er versucht da mal durchzurasen weil vorhin haben sie mich da entdeckt er weiß alles gut aber davon ist unidad super dann lass dir Zeit oh ne unidad und noch so ey man das gibt es doch nicht ne kann man nicht links fahren gucken auf die karte kann man nicht links rüber fahren kannst du da können wir sogar abkürzen aber da fährt die unidad lang ich habe einen trophäe erhalten straßenkriege dann fahr mal schneller hier durch weil hier sind rebellen genau okay und davon ist der unidad was auch hier musst du rechts fahren nicht nach links rechts musst du fahren unidad hinterher sozusagen jetzt muss ich aber schnell fahren weil ja die einen und einer seite auch jetzt ja scheiße ich habe noch 1,4 kilometer nein direkt hinter uns ja habe ich ja jetzt kommt die anja und die dat von der seite vor uns vor uns vor uns jetzt hinter uns ich bin so ein schlechter schütze ne nein okay der ist umgekebt sauber haben wir auch nein ja auch so kaputt fuck ey ey man egal wir kriegen das in dieser folge noch hin ja ja echt wir waren ja schon ein kilometer vorm ziel ja fast ja ich weiß noch nicht warum die kauf einmal so zerstört war na gut es lag vielleicht an den flugkünsten dass ich den vielleicht noch mal gestreift habe mit den einen oder anderen granatenschuss kann ja das kann auch sein also auf jeden fall wenn man die jetzt haben die beiden jetzt man möchte mich hier hin dann wie gesagt ich fliege auf jeden fall mal einen halben kilometer vor setzt sich auf die straße und ich schieße mit der sniper ja also du musst doch halt extrem einfach nur nach vorne fliegen weil er ist ja dann extrem schnell warte mal die feiner da lang soll ich mich mal hier hin packen auf die straße schon ja mach mal genau vielleicht erwischt ich den ja schon ja weil ich meine er kann nicht vorbei wenn wir beide auf die züge drauf ballern wenn du vielleicht den ersten nimmst und ich den zweiten da okay überhaupt nicht getroffen er wollte ich hab den gewerzen der auto fährt vorbei und ich habe den zweiten da ist auch safe so jetzt sniper und dann aufwesend fast nein doch fast immer so wartet der fertig straße wieder lang genau aber nach oben sitzen da genau am besten linke seite so linke seite weiter ja warte ich ich mach einfach hier aber in der kurve ist doof ne ja weil deswegen sagt ich habe da der links aber okay wir probieren es aus ach so du musst aber stehen weil und zwar jetzt am besten oder sonst kann ich nicht ziel ja 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 ach so ah ne ich konnte ich konnte das war zu schnell aber keine zeit ja warte so geht die straße aber hier stand vorhin und jetzt glaube ich ne da vorne erst da hinten an die kreuzung an die kreuzung vielleicht ja da unten stelle ich mal das grüne hier also aber mach irgendwann schnell weil ah man nein 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 alter was das ist wieder was siehst du jetzt gerade bei mir das kann ich vergessen ja das kann ich vergessen ich bin jetzt viel viel der ist aber der steck aus der steck aus aber dann soll ich so wird zu fahren soll ich fahren mir ist das egal war du ich schieße ok nein ach man warte das ist wieder was siehst du jetzt gerade bei mir was ich weiß gar nicht wo du bist ist die mission noch offen ja weil ich dann gerade wieder in der luft ach so weil mich steht nämlich gerade im kampf getötet war der jetzt liter neu ey man ich muss hier weg weil der helikopter der geht gleich hoch und wenn er hoch geht dann auch einen steig aus dem auto raus also jetzt nimm da einsteigen schnell 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 nein komm komm ich verstehe das nicht was du jetzt bin ich wo bin ich jetzt hier bei unserer dinge hier oben super ach und hier muss das auto ja genau ich fahre das ja dann fahr mal und sagt mir übrig ja die idee ist auch wieder super gelandet ja zwei kilometer entfernen super alles klar ja da kommen die unternacht richtig durch hätte ich komme mit mir und versuch die dann auch irgendwann muss das so eine lange stricke das war ja kann jetzt mit blitzreise machen ich habe jetzt mal vielleicht weil das auto ja das auto steht gerade bei mir mission ist im arsch ach fuck okay das war ein versuch wert ja war auch zu schön gewesen ja ehrlich so ganz einfach ach nee so dann der vierte versuch ich glaube ja schon der vierte sein soll es das auch der letzte freude sein ja auch in der laden würde ja 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 so dann ein neuer versuch ziemlich viele blinklichter und knüpfiger drin so fahren die wieder die straße lang dann mache ich hier wieder die kreuzung dicht das wäre eben ganz gut und ich bin in die hier die die in die naja ich bin ja ich auch ich musste nachladen die usa ich habe die unendet einfach nicht gesehen ja ach das war unendet wird nämlich sagen ich die beiden aber doch erwischt aber den habe ich komplett übersehen das habe ich schon wundert weil der der gerade zuerst geschossen dachte ich mir diesen essen das sind unsere leute aber scheiße ist ach man den namen kann ich bald nicht mehr hören ja und ich habe langsam reicht und wir spielen auch normal ja schon auf super super schwierig spielen da war ich mich wie willst du das alleine schaffen gut mit den drei computer leuten da vielleicht darfst du noch ein paar mehr leute aber gut das soll es von ausreden also mit den leichter für mich dass es mit den leichter ist die ganze zwar auch noch spielen aber ich mache das ich pflege so jetzt da fliegt die unendet recht echt ja man das war ein scheiß ist jetzt aber last take das schaffen wir ja auf jeden landen würde ach und nein ich habe mich glück gehabt als ich habe ich glück gehabt aber der tippe hat ab ne warte dann aus dem auto so dass wir mal den wänen hier nein der heli ist im arsch ich habe es dir ja ich habe mich gesehen ja hier wird anders nein ich bin aus ach das war richtig ich habe bei den rebellen ein fahrzeug bestellt hier ist euer kampfwagen amigo ach so du bist doch hinter mir ich dachte das wäre schon bei ihm das ding ist um so weiter er sich entfernt umso schwieriger wird der scheiß hat die ja was soll der scheiß seit fast einen kilometer schon weg echt oder soll ich das aufholen ich komme gar nicht ran der helikopter hier rechte seite gleich kannst du ja schnappen ja aber was sagst du nur wo sie mir ein helikopter zu holen so ich glaube ich bin jetzt erstmal überholt und werde erstmal vorfahren ja war eine blockade und eine schwere da wieder dass er gegen zert wenn ich mit dem helikopter äh mit dem schwer genug bin 300 meter ja das passt stecke aus komm schnell 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 ach so holst du den heli oder was machst du ne ich oder snipst du den jetzt ja aber ich versuch's aber ah sorry damals scheiße ich hab's nicht gepackt ey ach cool der muss aber stehen geblieben sein weil meine distanz äh verringert sich gerade ja jetzt steht sich extrem verringert ja meine der fährt einfach nur wieder runter da hat man jetzt erreicht wird sich mal ab und der fährt natürlich da lang stecken wir kommen jetzt weil wir nicht stecken ach hier bist du jetzt einstellen ich habe motor alles gut ok das mit dem Panzer alter es hat so viele Meter 300 Meter man hat sich nicht leicht auch nicht ich schelle den lingen ey jetzt bohrt sich hier ein Auto mitten auf dem Weg das gibt's doch gar nicht was echt weil ich eben nicht darf einmal springt das so für mich runter oh wer kommt denn jetzt schon wieder die unitat oder was ne da vorne sind welche er ist draußen er ist draußen er ist alles gut und das Auto sieht noch gut aus ok warte dann ne warte ich ne da bin ich einsteig na ja ich steig nein ich will hinten einsteigen da kann ich nämlich drehen du hast ihn gar nicht kalt gemacht erlebt nur noch ja ich habe ihn netterweise dann kürzlich jetzt ja 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 Moment jetzt haben wir mal den vorteil dass das Auto noch wirklich heile ist hier ja genau jetzt beenden wir das ganze hier vernünftig nein ich dachte er fällt die Kippe runter ich habe nur gesehen er dass die geht nach unten scheiße pass auf 500 meter vor schluss kommt die unitat ja echt boah guck dir mal das andere linke seite guck dir mal das fremd aber gut es kann sein dass die andere seite kaputt ist was meinst du hierbei nicht bremse leuchtet noch eine seite eine erste das licht genau ja schon ein wecker so jetzt zog von links bis so viel geschlagen eiskalt bäm das muss so eiskalt tragen darum ziele ja ja oh matz das sieht echt so aus als würden wir die mission abschließen ja echt wenn jetzt kommt eine mine oder irgendeinen back noch ja echt weil ja heute nichts neues jetzt von auto wir fahren die bunter klatsch genau klippe zu ende bing mit so viel geschlagen oder gleich können irgend sowas ist die karo entkommen oder so genau oder auto kaputt obwohl es noch fährt wie du es vorhin hattest ja ehrlich so ja endlich alter man ding 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 verschwinden wir moments leute werden das auto abholen na endlich ja ich habe noch gar keine kriegt leute und da oben ist noch eine guck mal die kings lehrdatei ja kommen die nehmen jetzt auch noch mit in der folge ich habe für die mission keine bunte erreicht das ist ein auto denn ach so bist du ja ja gut jetzt jetzt fahrig weil du musst einmal beim werk ach so okay ja warte ich warte hier unten weil es ist echt einfacher eingetriftet oder also so dann nehmen wir uns die datei auch noch mit ja gut es sagt sich so einfach wenn du nicht wieder der mega so wie das hier aussieht ja ich glaube schon ist mal sowas vom gebiet oder noch sieht man nichts und die gar nicht nicht so ist ja tatsache nicht und ich bin da und was ist hier los wo liegt er denn hier auch bist du rausgesprungen ja weil ich dachte im land ist gerade sei dass der doof dass du für die mission eben keine punkte gekriegt hast verstehe ich nicht warum mir hat er gar nichts angezeigt hatte denn du rein gar nichts nicht mal mission abgeschlossen gar nicht nur noch nicht aber von noch eine genau eine haupt mission ja genau dass das wenigstens die morgen bleibt jetzt im musik ja das dokument was wir eben haben zwar das war eine audio datei so gut genau kingsley ab und da ist die eine beim bonus orden und der story einsatz dann der der vorletzte aber die namen ist dann der letzte irgendwann noch erscheinen ja und dann noch was dann noch was durch meine güte auch in während hier ja gut das ganze dann beim nächsten mal genau wieder schauen reingehauen bis dann